Der Johnny John Junior, ich weiß nicht ob der gut ist, ich hab der erst jetzt von mir sehen die... Ist doch egal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Ich hoffe man hört Alex sagen, ist doch egal. Ist doch egal. Ist doch egal. Hallo herzlich willkommen. Ist doch egal. Was ist das Geisel? Ist doch egal. Alter. Johnny John. Hab ich damit gesehen und dachte jetzt so, das könnte ich auch. Du, das, das, ne. Hund. Du kannst ja trotzdem Fuse nehmen mit Schild und dann in Räume reinfuse und nicht die Geisel. Nein, Fuse hat leckige Effi. Ne, ich probier mal ähm... Ne, ich hab Glatz. Egal, ich nehm den Futscher. Ne, Futscher hast du jetzt eben nicht. Ah, die Sch... Ihr müsst die Geisel zurückholen. Du kannst zwar gerade in die Szene, aber ich sitze mit offenem Mund hier einfach und schüttere den Kopf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trickscheiser AP. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brit. Schön, wie ihr uns gar nicht gegenkommt. Guck mal, hier, noch ein Matkei. Ach. Alter, da sind zwei. sind die in den tanz raum da waren also das stand aber da war ja meine ich ja rettungsversuch kann beginnen geisel finden und sicher hier stecki lasst mich mal vorgehen hier ist loch hier ist loch ist da einer ja kannst du komm nach und versuche mir vorbeizuschießen kommt noch einer links ich kann nicht weiter muss aber auch mal nachladen ich gehe mal raus das ist ein bisschen grau smoke 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 oh du hast schon ordentlich kassiert ne ja 18 hab ich noch lasst Fatima machen das war toll kühne und dumm man schlägt das hier offen oder da egal wo wo das da ich kann die hier gut festmachen irgendwo ist hier irgendwo ist hier c4 irgendwo ist hier c4 geisel entdeckt da ist einer mann alter der liegt der liegt der liegt der liegt ja aber da ist blöderweise noch einer ist das der letzte oder nicht hol doch einfach die geisel Alex der war nach rechts gerade lass mich rein der stand der hat das ganze game auf nix gemacht außer mir im weg stehen also montagne ist nicht die lösung der ist großartig um sich in die tür rein zu stellen und so aber auch noch im wasser wie bitte die geisel muss beschützt werden den raum sicher ich habe meine katze gestolpert ich habe keine sorge mehr wegen der karaten die position der geisel ist bedroht zu reinmachen die wandverstärkung ist fast fertig aber es ist einsatzbereit was ist denn mit dem 10 sekunden platziert und einsatzbereit ich kann mich nicht weiter bewegen hier im weg wer ist mit dem link von 130 das hört man auch bei also du bist doch verzerrt ich konnte gerade als ich die wand hochgezogen habe ich habe hier vor meiner Armlehne abgerutscht und fast mit dem Kopf um mich das zu tun Die Tür ist versperrt! Quatsch! Wir gehen aufs Dach. Jetzt sei ich bisschen besser. Die schießen ja auch das Fenster auf bei mir. Ist jemand bei der Geisel? Ich sag mal, ich bin hier. Die laufen auch übers Dach. Jaja, die sind glaube ich alle auf dem Dach. Also ich hab übelstes Rubberbanding. Dabei hast du den besten Ping von uns allen. Ich hab den durch das Kuckloch hier für die Drohnen abgeschossen. Ich hab seinen Fuß gesehen. Schau mal. Das war der Firmheit, ja. Sehr gut. Das heißt unsere verstärkte Wand hier ist schonmal sicher. Hier ist keine Wand aufgegangen. Das ist schlecht. Was sind die Vögel denn? Sind die echt alle einfach nur auf dem Dach oder was? Der Johnny ist abgeknallt worden. Der Johnny ist abgeknallt worden. Die sind da alle vor der Tür. Da. Alle sind zwei. Alle zwei. Dann komm ich mal. Ja, ich komm. Auch welche. Auch welche. Ich hab das Büro gesichert. Die Teamarbeit. Büroarbeit. Büroarbeit. Gute Büroarbeit. Heute ist mal wieder Ash Day. Und Johnny John John. Der macht sich hier echt unbeliebt. Ja. Das find ich nicht gut. Lass hier mal die Runde. Er wird schon sowas. Null Kills ey. Jetzt aber nicht. Was passiert mir? Ihr müsst die Geisel finden. Ich hoffe es wird es nicht mehr vor. Ich hoffe es wird nicht mehr vor. Ich habe schon wieder über Babbeln denken. Das ist zu lange und nervt es ein bisschen. Oben sind sie nicht. Ich vermute an einem Keller. Oder in der Garage. Ja. Ich glaube Garage. Den habe ich gerade eben einen gesehen. Zehn Sekunden. Hä? Einsatz in fünf Sekunden. Die sind ein bisschen weiter oben Alex. Du musst halt hoch. Naja. Angriffs Erlaubnis erteilt. Findet die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. He he. Wenn jemand schießt auf Alex. Ich fange erst mal auf einem Stein. Ja die sind in der Garage auf jeden Fall. Nein die sind da oben. Pass auf. Pass auf. Da. Hinter der Tür. Ganz hinten durch. Da war eben einer. Die sind da wo wir eben waren. Nein da war ich doch gerade. Da sind die Wände verschwunden. Da sind die Wände verschwunden. Und auf jeden Fall nicht in der Garage. Vielleicht nicht. Aber da lurkt einer rum. Guck. Ah ne nicht da wo wir eben waren. Auf der anderen Seite von da wo wir eben waren. Ach hier. Sollt ihr das aufmachen? Nein 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 warte. Die ist unter mir quasi nicht. Unter Alex ne. Ich mach hier mal kurz ein. Ne stimmt hier. Stimmt. Nicht fusen nein. Bereits zum durchbrechen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich werde trauen. Wenn er nicht. Markieren wir bitte. Jo. Geisel gesichtet. Alle markiert. Alle markiert. Geil. Oh der ist fast tot der Arsch. Siehst du. Soll ich das aufmachen? Ich probier es hier mal mit dem. Soll ich das aufmachen? Soll ich das aufmachen? Soll ich das aufmachen? Soll ich das aufmachen? Der ist hier, der ist hier. Der ist da wo du gestorben bin in der Ecke. Wo bist du gestorben? Ach da. Wer hat die ganze Zeit entdeckt. Soll ich das aufmachen. Soll ich das aufmachen? Soll ich das aufmachen? Kann nochmal jemand? Ja, ich gehe richtig vor den Gegner. Der verbleibende Gegner. Schön. Gegner eliminiert. Eigner Trupp erfolgreich. ja die hatte ich auch im auge immer diese ecken ecken sind zum schlägen ich habe man diesmal stacheldraht genommen stacheldraht ist gut weil was ist denn hier los was es bleibt fünf sekunden die position der kreis ist bedroht der gegner hat nicht kommen ich bin jetzt mit euch eingestellt macht hier mal kameras ja da gehen sie dort rein das war der gar nicht kannst du so nicht sagen okay hier hinten im keller okay ich bin hinter dir matze sicher aufstehen das magasin Das war's für heute, was wir hier sehen, was wir hier sehen, was wir hier sehen, was wir hier sehen. ach kacke ich hab ihn erwischt ich hab ihn erwischt aber ich liege ach ne es waren zwei ok verdammt aber einen habe ich erwischt alter das ist zu weit weg den kann ich dann schießen durch die wand ja ich mein lass ihn doch kommen ist doch es sind übrigens noch zwei stück back ist auch mit da die ballern hier weiter durch die wand ja was er machen glaubt kommen gleich ja es ist hier unten mit den anderen schweiß ich hab gegen ein schild geschossen ich weiß nicht ich glaub die sind nach rechts gegangen ach der lag da auch noch auch den hätte ich so leicht kriegen können einer von beiden liegt auf dem boden so ein bisschen als würde er dir noch in die augen gucken ob du eigentlich doch ein netter herr ist ja aber sehr sehr schön ich hatte aber auch glück dass wir auch da lang kam auf der anderen seite hättest aber gehört bei ihm so spreng da was immer war mensch das wird ja eine richtige siegesserie hier also von mir nicht so aber also wenn sie andere leute beim ruhen sehen wollen dann schalten sie nächstes mal wieder ein bis dahin sagen wir was freikau Tschö.